Hallo Österreich, hallo Europa, hallo Welt bei der EMC 2010 in Wien. Das ist die große Vorausscheidung, bevor es zur Europameisterschaft geht, diesen August, bei der Gamescom in Köln in Deutschland. Und wir haben heute zwei ganz, ganz heiße Teams im Rennen, die eventuell um den Europameistertitel mitspielen werden. Wir haben jede Menge geile Games für euch, wir haben jede Menge richtig geile Spieler für euch, wir haben geiles Equipment. Wir haben sensationelle Preise, den Hauptpreis möchte ich vorwegnehmen. Wir verlosen gemeinsam mit Asus ein VIP-Package zur Gamescom nach Köln, inkludiert einen Ausweis für die VIP-Area, für den VIP-Bereich der Asus-Lounge direkt auf der Gamescom. Ihr bekommt den Flug bezahlt, ihr bekommt die Unterkunft bezahlt, da wird es euch an nichts fehlen, Verlosung gibt es später. Zuerst eine Frage ans Publikum, wer von euch zockt daheim, PC, Konsolen, macht mal ein bisschen Stimmung. Niemand, der daheim PC zockt, das muss lauter gehen, oder? Ich nehme an, ihr werdet alle da ein Multiplayer-Gents spielen, ihr werdet online zocken, macht Spaß, aber das, was ihr heute sehen werdet, das ist, in dem sagt man es, ein Lercherl-Schaß gegen das, was die Jungs heute hier abziehen werden. Da wird es richtig rund gehen. Auf dem Programm steht als allererstes eine Exhibition, also ein Showmatch in Counter-Strike Source. Zwei bekannte österreichische E-Sports-Teams werden gegeneinander antreten, da hätten wir They Kick Ass gegen C-Krass und dann wird es Ernst, der Klassiker. Österreich gegen Deutschland im Fußball, im FIFA 10 und ich glaube viele sind auch deswegen da, Österreich gegen die Niederlande in Counter-Strike 1.6. Punkt 6, alles heute für euch auf dem Programm. Ich glaube wir können uns auf ein sehr geiles, auf ein sehr spannendes, auf ein actiongeladenes Event freuen und wir haben geile Partei.